Willkommen zurück zu Dishonored. Wir wollen jetzt endlich ins Hotel gucken, was es da so gibt. Beziehungsweise ob der voller Weiner ist, wie die Gasse eben, beziehungsweise letzte Folge war das ja schon. Okay, for sale. Da können wir uns eine Wohnung kaufen. Und da unten kommen wir anscheinend rein. Einmal beobachten, ob hier irgendwelche Wachen stehen. Da steht eine. Da geht eine. Einmal schnell speichern. Und einmal reingucken. Hier scheint erstmal alles sicher zu sein. Und schnell wieder speichern. Uiuiui. Ein wenig gruselig. Ist das hier ja doch schon drinne. Okay, hier darf nur Personal rein. Da dürfen wir leider nicht durch. Wir müssen den Flur hier entlang gehen. Also wir können mal wieder Nachtsicht benutzen. Aber hier sehen wir erstmal keinen. Das ist schon mal erfreulich. Kugeln. Pistole. Und ein Knochenartefakt. Das hat die komischen Geräusche gemacht. Mein Herz ging schon wieder ganz schnell. Zeugn auf ihn. Wenn du durch Weiner verletzt wirst, erhältst du ein wenig Mana. Okay, das klingt doch schon mal gut. Machen wir mal das. Vielleicht kommen wir hier ja ein paar Weiner. Dann kriegen wir zumindest Mana wieder. Ach du Scheiße. Ei, ei, ei. Das kann auch nichts Gutes heißen. Oha, oha. Oha, oha. Da geht's noch weiter hoch. Hier ist die wieder zugemauert. Ja, das ist heiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben's geschafft. Zur Golden Cat. Jawohl. Richte das Herz auf eine Person. Benutze es, um Geheimnisse zu hören. Ja, das kennen wir schon. Ah, spiele auf deine Art. Verschiedene Optionen. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweise an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschein nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecke. Ja, das werden wir natürlich machen. Teleportieren. So, da unten ist der Kunsthändler. Da wird er uns schon angezeigt. Sehr gut. Und ihr qualmt das aus jedem einzelnen Schornstein raus. Da ist die Golden Cat da drüben. Das Edelbordell. Okay. Ja, die, die, die Graffiti sind auch immer sehr interessant. So, da unten sind überall Wachen. Die sollen uns selbstverständlich nicht entdecken. Okay. Okay. Da kommen wir natürlich nicht hin. Schade. Ist das... Ne, da kommen wir nicht durch. Oh, einmal schnell speichern. Ja, sagtest du es? Ne, da ist es neuer. Okay, hier kommen wir hoch. Rune oder Knochen-Artefakt in der Nähe. Da ist eine Rune. Und da hinten auch. No, no, no. Fensterladen. Da sitzt jemand. Da oben geht jemand. Achso, dann kommen wir vielleicht aufs Dach. Haha, natürlich. Ja, aber da ist eine Rune. Die hätte ich ja ganz gerne. Da können wir ja eben mal eigentlich... Oh Gott, der darf uns nicht sehen. Ja, wir wissen, dass eine Rune in der Nähe ist. Boah, diese Geräusche immer. Und da ist sie. Da haben wir sie. Jetzt haben wir drei Rune. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Haha. Ja, hier sieht man auch schon wieder Ratten. Also der Chaos-Faktor scheint schon relativ hoch zu sein. Oh, da oben ist eine Wache. Der Kunsthändler ist da irgendwo. Ja, ich denke mal, wir klettern... ...über diesem Fensterladen nach oben. Oh, hier kommen wir auch rein. Okay. Wo ist morgen hin? Ich habe ihn schon wieder verloren. Morgen ist heute Abend im Dampfbad im Unterbeschoss. Ist das sicher? Denn ich habe ein paar Gerüchte gehört. Wenn einer verletzt wird, verliere ich meinen Job. Oh, das sind nur die Geschichten der Mädchen. Oh, das sind nur die Geschichten der Mädchen. Der Druck in den Rohren steigt und... Jedenfalls passiert das so gut wie. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht mehr darüber reden. Wie auch immer. Morgen bestand heute Abend auf dem Dampfbad. Er ist so wählerisch. Kastis ist nicht so kompliziert. Manchmal wartet er nur im goldenen Zimmer und redet mit einem Mädchen. Lustig, wofür manche Leute Geld bezahlen. Eieieiei, okay. Da haben wir eine neue Nebenmission. Wir sollen in dem Büro der Madame nach Hinweisen suchen. Und das werden wir selbstverständlich machen, denn wir wollen ja unbedingt rausfinden, wo sie Emily versteckt haben. Aber die Frage ist, wie kommen wir da jetzt unbemerkt rein? Wir gucken uns einmal hier oben um. Oh. Hehe. Da haben wir noch eine Rune gekriegt. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Ha, wir haben Emily so gefunden. Karwo? Karwo, du bist es! Pssst! Nicht so laut, Mensch. Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie, sie sagten mir, du wirst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Nein. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihnen. Ha, na dann. In die Richtung. Okay. Haben wir die jetzt schon befreit, oder was? Oder? Hier passiert doch gleich irgendwas. Das kann doch nicht richtig sein, Mensch. Sie ist verschlossen. Prudence, die alte Schabracke. Sie hat mich auf der Flucht geschnappt. Sie hat den Schlüssel immer bei sich. Finde den Schlüssel, dann gehen wir. Alter Schwede. Ich verstecke mich hier so lange. Ja, bitte. Ähm. Hier ist das Elixir für die Bemögen, jetzt die Damen wohlbekommen. Doch der Boss sagt, dass wir diesmal Geld als bezahlen wollen. Kein Handel mehr. Hui. Okay. Ja, äh, da... Da haben wir Emily gefunden. Nicht schlecht. Und das durch den reinen Zufall. Ja, der Kunsthändler ist dahinten. Der Generalschlüssel. Den holen wir uns jetzt. Puh. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich auch einfach so klauen können. Habe ich in dem Moment leider nicht dran gedacht. Und jetzt nichts wie weg hier. Sehr gut. Emily ist noch da. Komm, wir gehen. Lass uns gehen. Verschwinden wir. Ja, definitiv. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Da haben wir Emily. Gerettet. Oh, äh, mein Herz geht gerade hier ab, du. Das glaubt ihr gar nicht. Ähm. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt hier schön in Ruhe die Ananay-Mission machen. Oh, wie cool. Das freut mich. Das freut mich richtig gerade. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mensch, wie cool. Schön. Richtig schön. Einmal gucken, was hier drinne ist. Münzen. Ein Elixier. Und ich höre da schon wieder eine Rune. Nee, ein Knochen-Artefakt. Albinos, du begegnest öfter weißen Ratten. Ähm. Aha. Was bringt uns das? Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall... Oh, vier Huhn haben wir schon. Sehr schön. Ähm. Ja. Was machen wir denn da? Gesundheit erhöht sich. Nachtsicht. Teleportieren. Schnellere Vorwärtsbewegung über längere Distanzen. Strategische Hinweise. Teleportieren erlaubt es dir an Ungesehenen sehr schnell zu bewegen. Ist also bestens für das Schleichen geeignet. Dem kannst du dich in Versteck ins Nächste begeben und sogar von Dach zu Dach hüpfen. Bla 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 bla. Ja. Okay, das kostet uns fünf. Ich würde gerne Teleportieren verbessern, damit wir auch mal genau über weitere höhere Weiten kommen. Kurz einen Mana-Trank genommen. Da haben wir noch eine Rune. Menschenskinders, das läuft ja im Moment. So, dann sollen wir in den Dampfraum gehen. Okay. Haben wir denn hier noch ein paar andere? Unten gehen welche? Da stehen zwei. Okay. Also das ist schon mal... Die Option ist schon mal ausgeschlossen. Hier durch. Nein, nein, du hast uns nicht gesehen. Ja, und ähm... Das machen wir... Oh Gott. Das machen wir doch mal nächste Folge weiter. In den Dampfraum. Und ins Goldene Zimmer. Und dann zum Kunsthändler. Bis dann. Ich freue mich wieder auf euch.